Na, wir haben auch sonst keine weiteren Dinos, die wir bauen können. Erstmal jedenfalls. Aber das wird sich noch ändern. Wir werden noch reichlich Freude an unseren Dinos haben. Jetzt können wir noch bauen. Souvenirbude, Parkeingang, Ausruhbereich. Ja, der wird ja irgendwie nicht so wirklich besucht, der Ausruhbereich. Ja, ich weiß ja auch nicht, ob das noch so sinnvoll ist. Ich überlege gerade, man könnte das unter Umständen noch folgendermaßen bauen. Ja, so ist das gleich gerade verkehrt. Ich wollte euch den Weg bauen. Ja, das ist wieder weg. Das ist immer ein so Pinökel übrig bleibt. So ist gar nicht verkehrt. Dann bauen wir da noch einen schönen Ausruhbereich hin. Nachricht von Dr. Grant. Boah, kommt alles. Da könnte man... Ja, da könnte man noch so eine kleine Kuppel hinbauen, wenn wir dann aber bald eine haben. Was forscht denn gerade? Hier läuft's prächtig. Ach, die Kuppel erforschen wir ja gerade. Sehr schön. Sehr gut. Bänke haben wir schon voller Anzahl jetzt gebaut, oder was? Das geht noch. So, dann weiß ich nicht, können wir noch Mülleimer bauen? Das ist ja nicht so doof. Irgendwann sind nämlich die Mülleimer so gesehen begrenzt nur noch zur Verfügung. Das ist eigentlich total schwachsinnig. So, wird für Profit verkauft, okay. Wie lauten Ihre Anwälte? Uranosaurus, okay. Paricephalosaurus, wird verkauft für zweieinhalbtausend. Schön. Nachricht von Dr. Grant. Okay. Könnten Sie sich das bitte mal ansehen? Ja. Aussichtskuppel. Ich wüsste gern Ihre Meinung hierzu. 50% vom Carichidontorosaurus. Sehr gut. Nee, gar nicht wahr. 19. 50 brauchen wir, sagt er. Aber das weiß ich doch, dass wir 50 brauchen. Schön, Sie zu sehen. Ja, das tut mich auch. So, ähm. Was wäre jetzt wichtig? Ich finde das eigentlich gar nicht verkehrt, dass unsere Dinos direkt geimpft sind, wenn sie aus der Impfung rauskommen. Kostet 5000, aber eigentlich cool. Gute Entscheidung. Ich weiß. So, was macht unser Genlabor? Es wird langsam. Urano niedrig und nochmal. Absolut. Ja, Hauptsache erst mal was arbeiten. Aber warte mal, jetzt haben wir ja gerade so viel Kohle. Jetzt können wir ja für 10.000 ruhig ein drittes Team einstellen, finde ich. Pling. Und das dritte Team lassen wir hier noch mit arbeiten. Plam. So. Bist du jetzt dann bald mal fertig? Da arbeitet er immer noch schön. Also ich finde das gar nicht verkehrt, dass wir einen hier arbeiten lassen. Weil da finden wir jetzt ja immer Sachen, die wir eigentlich schon voll haben und die können wir immer für Profit verkaufen. Das ist nicht verkehrt. Das ist echt nicht verkehrt. Ach ja, ich habe gerade die Kuppel gebaut, richtig. Das hatte ich ja vor. Danke, dass du mich daran erinnerst. Und zwar... Die Kuppel. Das ist nämlich eine ganz coole Sache. Das ist hier eigentlich nur so ein kleiner Eingang. Nachricht von Dr. Wu. Ja, jetzt gibt es Regen. Nachricht von Dr. Settler. Das ist sogar zu viel. Warte mal. Irgendwo hat man doch eine... Hier hat man zum Beispiel eine Lücke. So eine... Da. Ich sehe nichts. Wo ist es da? Da kann man den Platz ja eh nicht größer nutzen. So, pass auf. Das ist der Eingang. Und dann können wir praktisch hier eine Kuppel hinpacken. Zack. Zack. Und dann kann man da rein. Hi. 40. Oh, 40 ist ein bisschen viel, oder? Ach komm. Wie soll's. Und die Aussicht. Dann kann man... Da kann man rein. Und dann kann man hier praktisch direkt innerhalb des Käfigs gucken, wo sich die Dinos gut tun. Und das tolle ist, ich sehe hier gerade nicht gar... Nicht gar keine. Ich sehe nicht einen. Da ist eine Ziege. Ja. Nachricht von Dr. Wu. Eine Ziege. Also selbst die Ziegen sind eigentlich schön animiert. Cool. Wo sind die ganzen Dinos? Da. Oh, ist auch eine schöne Sache. Wenn der jetzt hierherlaufen kommt und die Ziege frisst, wäre das eigentlich ganz... Oh, der frisst das auch da hinten dran, eine Ziege. Die teilen sich sogar eine Ziege. Wow. Ja, ganz ehrlich. Das ist... Das ist wirklich ein schönes Spiel. Ich kann... Ich kann das immer nur wieder weiterempfehlen. Das macht so einen Spaß, auch den Dinos hin und wieder zuzugucken. Ich finde das einfach nur herrlich, dieses Spiel. Nachricht von Dr. Settler. Ich habe doch schon verbessert. Also das ist interessant. Was sollen wir tun? Ja, der war alt. Das waren die ersten Dinos, die wir gebaut haben. Dass die gestorben sind, ist doch normal. Was sollen wir hier tun? Ankylosaurus. Gut. Urano. Ja, gut. Ja, dann sind die halt tot, da. Ja, was soll ich denn machen? Ja, ein natürlicher Tod. Ja, die waren alt. Da hilft nur eins. Womit kann ich dienen? Wir erschaffen neue Dinosaurier. Schön, sie wiederzusehen. Ja, ein Pflanzenfresser. Da, wir haben nur noch einen. Und dann hauen wir drei neue raus. So. Problem gelöst. Alles nicht so dramatisch. So, jetzt wollte ich ja eigentlich hier auch mal eine Aussichtskuppel drin haben. Aber wir haben, haben wir hier noch irgendwo so einen Brocken? Da zum Beispiel. Wo man noch so eine Kuppel bauen könnte. Ach, die ist jetzt zu teuer. Oh, naja. Warten wir, bis Geld wieder reinkommt. Oh, ein halber Stern. Berühmtheit des Parks weitet sich aus. Cool. Was sollen wir jetzt? Überreste eines Spinosaurus entdeckt. Jawoll. Haha. Unser, unser Highlight in dieser Staffel. Das ist ja der Spinosaurus. Hier läuft es prächtig. Und es ist mittel sogar. Oh, fünf Sterne. Ja, fünf Sterne Wertung. Aber erst mal noch den Ankylo und den Urano und dann den Spino hinterher. Ja. Sehr gut. Das läuft. So, ich wollte ja noch eine Kuppel bauen. Kriege ich auch gerade Geld rein, wie es aussieht. Ich habe ja gerade den Helikopter gehört. Muss da eigentlich klappen. Ja, 4700. Ja, okay. Jetzt geht's. So, wir mal gucken. Das ist alles dicht an dicht gebaut hier, ne? Ja. Hier könnten wir theoretisch noch so ein Teil hinbauen. Ne, dürfte ich nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist doch frei. Ach, von Kram hier. Ja, ich könnte das... Kann ich hier nicht die andere Seite noch wählen? Ja, kann ich. Ah, sehr gut. Nachricht von Dr. Wu. Das ist doch gut. Dann bauen wir den da hin. Ah, sehr schön. So, die Kuppel... Wie geht's Ihnen heute? Beschissen, nein. So, Aussicht mal eben. Aha. Aha. Nachricht von Dr. Grant. Ist ja gerade nicht so viel los. Kann das sein? Da! Ein Park wie C4. Und da ist ein Ankylo beim Fressen. Nachricht von Dr. Grant. Mann, ich möchte auch in diesen Park. Oh, da ist einer krank. Da ist einer krank. Deringende Nachricht von Dr. Fettler. Ja, ich hör's ja schon. Ich mein, ich seh's ja schon. Was habt ihr denn für Krankheiten? Was hast du denn? Zeckenbefall. Kann ich da ja nichts gegen tun gerade. Nachricht von Dr. Wu. Fühlt sich nicht wohl. Was sollen wir hier tun? Ankylo, ich weiß, es ist fertig. Was sollen wir hier tun? Was sollen wir jetzt tun? Sie müssen etwas deswegen unternehmen. Ja, kann ich nicht. Nachricht von Dr. Grant. Ah. Ähm, Geld gekriegt. Schön. Ähm. Ja, ich kann gerade, glaube ich, noch nichts Neues erforschen lassen. Sonst würde ich ja Zeckenbefall mal eben erforschen lassen. Willkommen. Brutstation-Impfung ist auch nicht verkehrt, ja. Aber ich werde das gleich erforschen. Keine Angst. Dringende Nachricht von Dr. Fettler. Ich weiß, dass der krank ist. Das darf so nicht weitergehen. Tun Sie etwas? Ja, ich feuere dich gleich, wenn du mich weiter anmeckerst. Dann habe ich was getan. So. Äh, du auch? Jetzt haben sie natürlich alle Zeckenbefall. Schön, Sie wiederzusehen. Nachricht von Dr. Wu. Ja. Dr. Wu, bist du fertig? Was sollen wir hier tun? Ne. Oh, was ist das denn? Fossilien. Die können wir verkaufen. Ja, komm, verkaufen. Ja. Geld ist immer gut. Äh, was soll ich denn tun? Ähm. Ich könnte eigentlich hier auch lang bauen. Dann müsste ich hier mal was abreißen. Den Kiosk da zum Beispiel. Hallo? Den Kiosk reiße ich jetzt ab. Bäm. So, ich hoffe, es war gerade keiner beim Essen. So. Nachricht von Dr. Grant. Ja, ist sehr gut. Wieso darf ich denn nicht weiterbauen? Das ist immer so komisch irgendwie. Ist gar nicht verkehrt, die Idee, denke ich. Kann... Äh. Komische Lenkung. Dann kann ich ja hier wieder einen Kiosk hinsetzen. Das ist ja alles nicht das Problem. Das hier, glaube ich, Sandwiches verkaufen. Das ist richtig warm. Dann kann ich ja hier wieder Sandwiches... Willkommen! ...machen. Mit, äh... Salat hatten wir, oder? Ja, komm. So, ähm. Schutzräum. Wir haben 80 Leute, da haben wir jetzt Platz, ne? Hier haben wir jetzt ein paar... Nein! Okay, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Ja, hier ist noch nichts drin, aber da kommt bald was rein. Da kommt bald was rein. Vielleicht der Spino. Das wäre geil. Aber dann... Ja, wenn wir den Spino hier reinpacken... Das ist gut. Dann kann er von allen Seiten gesehen werden. Dann muss da auf jeden Fall eine höhere Zaunstufe hin. Ich würde ja auch die hier gerne mal aufrüsten. Ich weiß bloß nicht mehr, wie das geht. Oder ach, ich muss Zaunstufe 2 erst erforschen lassen, ne? Das ist das Problem. Und ich will endlich den Zeckenbefall erforschen. Hier läuft's richtig. Ach Mann, Junge. Sieh zu. Das ist grad ein bisschen ärgerlich. Hey. Hey. Ja, du mich auch. Karcher, Don't. Ja. Ja, aber alles. Alle Dinos krank. Ich dreh euch. Ich dreh euch. Ja, alles krank. Aber alles. Super. Ich bin begeistert. Ich kann euch nicht helfen. Was machen wir denn mal? Da könnte man irgendwann noch so eine Kuppel hinbauen, aber da ist noch nichts drin. Von daher hat das grad wenig Sinn. Das reimt sich. Ich kann höchstens... Nachricht von Dr. Grant. Dringende Nachricht von Dr. Buch. Ja, Geld ist... Achso. Ich hab was gedrückt. Hier läuft Gold. Das verkaufen wir natürlich. Sehr geil. Ja, ja, gut. Könnten Sie sich das bitte mal ansehen? Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Upsala, hier wollte ich nicht hin. Dass du mir das sagst, denn wir müssen jetzt Zeckenbefall erforschen, bevor die Dinos alle sterben. Hier läuft. Nachricht von Dr. Buch. Zeckenbefall. Ganz schnell, bitte. Hat höchste Priorität. Darf ich Ihnen ein paar Anregungen geben? Nein, du kannst mich in Ruhe lassen. Schön, Sie wiederzusehen. Nachricht von Dr. Grant. Ja, ja, gleich. Was ist mit den Putzstationen? Und willkommen. Hey. Die Sprüche zu geil. Was liegt an? Ach ja. Reine Station. Kann ich da auch was machen? Willkommen. Ach, der sagt auch was. Hi. Ich bin ja so froh, dass Sie mal reinschauen. Ja. Tschubi, wieder weg. Schutzraum. Gut zu sehen, dass Sie sich um alles kümmern. So bin ich, ne? Souvenirladen. Willkommen. Ja. Könnte ich nochmal einen zweiten von bauen, eigentlich. Hi. 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 Kein High. Schön, Sie wiederzusehen. Ich baue hier nochmal ein Klo. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Gut zu wissen, dass Sie sich um alles kümmern. Du Schleimer.